Hallo meine Spießkameraden, hier ist der Käpt'n Knurke wieder mit einer neuen Folge von Superhero Squad Online. Heute mit Iron Man und der Mission Freezer Burn. Ich drücke auf los, weil das kann ich ja am besten, wie ihr wisst. Und ja, schauen wir uns den wunderschönen Ladebalken an. Wird geladen, wird geladen. Wusstest du schon, du solltest deine Account-Informationen und dein Passwort niemals an andere Leute im Spiel oder außerhalb vergeben. Schön. Gut, wir rennen dann einfach mal los. Naja, ich glaube es ist gar kein Geheimnis mehr, dass es das hier eines meiner Lieblingsmissionen ist. Weil die schön flott geht und wir vielleicht zwei Bosse am Ende haben. So, ja. Natürlich geht hier nur flott, wenn man es kann. Und ich kann es. So. Wumm, 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 wumm. Ich bin auf der Iron Man sollte das alles kein Problem darstellen. Und weg. So, da haben wir ein bisschen Feuer. Aber damit kann ich umgehen. Na, ist er noch nicht. Ja, verdammt. Das habe ich jetzt verschwendet. Und weg ist er. So. Geht alles klar. Geht alles klar. Weiter geht's hier. Komm. Zeigt her, was ihr drauf habt. Oh, er hat es mich noch nicht erwischt. So, die Erdbeere ist meins. Wenn sie dann kommt. Und die kleinen Mistspiecher sind jetzt auch mal meins. Ich wollte gerade sagen, ist der härter geworden, oder was? Au. Banane. Hm. Hm. Und? Sehr schön. Ha. Oh, du lebst noch. Und schmeißt mit Steine. Kleiner Dreckspatz. Weitwärts. So. Mein Sandwich macht mich wieder gesund. Jawoll. Und platt gemacht. Na, euch habe ich auch gefressen. Ach, geht's. Komm, trifft doch mal, Junge. So. Gibt ihr uns noch irgendwas zu holen? Nee, sieht nichts so aus. Dann geht's mal hier weiter. Ach, hallo. Hm, das Sternchen kann ich mir schon mitnehmen. Das ist mir so nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Hier gibt's was. So, jetzt können wir uns hier alles einsammeln. Und jetzt beruhigt euch noch mal, Freunde. Beruhigt euch. Ich bin noch da für euch alle. Tja. Bis das der Tod entscheidet. Huiuiui. Hallöchen. Lila ist eine schöne Farbe. Aber nicht gesund. Hallo. Huhu. Na, komm noch ein Stück mehr. Komm ruhig. Oh. Ach, du noch. Kein Thema, oder? Liegst du da? Bist du platt? Jetzt. So, komm. Gib was, gib was, gib was, gib was. Ein Zeitmatch. So. Wir haben es doch jetzt sowieso geschafft, den Abschnitt. Ähm, das heißt so gut wie. Zack, einmal hier. Einmal hier. Einmal ist die Frostbeule dran hier. Und... Ja, und. Ja, und. Shoot up. Was? Na gut. So. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ich bin doch da. Jeder kriegt was ab. Hallo. Du doch auch, Mann. Ja. Ja. Ticka. Wah. So, damit ist er Feuer und Flammen. Und ich kann ihm erstmal kaum was anhaben. Bzw. ich kann ihm nichts anhaben. Warten wir doch einfach mal, bis seine Flammen gelöst sind. Und dann hat er nämlich ein Problem. Nämlich genau jetzt. Und wir haben es geschafft. Abschnitt abgeschlossen, Baby. Iron Man. Playboy Millionär. Waffenhändler. Und fieser kleiner Möp. Ich mag meinen Ping. Oh, ich renne natürlich voll rein, aber macht nichts. Ja, so ein Schneemannskopf macht mich hübscher. Ups. Weiter geht's. Zack. 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 Dadurch, dass die alle lila sind, sind das nicht Zombies? Zombies sind doch momentan in, Mensch. Jedes zweite Spiel hat Zombies als Anhalt. Ich fass, dass mein Handy klingelt. Das passt mir jetzt aber überhaupt nicht. Lassen wir es klingeln. Ja, wie auch immer das ist. Ich bin gerade nicht da. Vielleicht rufe ich zurück. Ich muss erstmal die Welt retten. Jedenfalls. Na, jetzt wird's langsam so viel lauter. Hoffentlich kriegen wir hier keinen Content-ID-Treffer, deswegen. So. Will ich jetzt aber auch nicht unterbrechen. Hat schon aufgehört. Dachte ich. Da geht's schon wieder los. Oh. Oh. Will ich doch gleich mal gucken, was das ist. Das heißt... Vielleicht ist gut. Nach der Aufnahme hier... Wer da stört. Wer die gestört hat. Ach, verdammt. Ich will mir nur den Weg, oder? Ich mach's mal so. Ist vielleicht der einfachere Weg für mich. So. Gibt's hier noch irgendjemanden? Ja. Das ist echt nicht. Da hab ich jetzt auch nicht viel Schaden gemacht. Tja. Das ist jetzt völlig Freundchen. Ja. Das ist jetzt auch noch eine Linie. Geld darf ich nicht vergessen. So. Jetzt tut mir noch Nachschuss. Damit ist er fast platt, Alter. Und weg ist er. Das dürfte es gewesen sein mit dem Abschnitt. Jawoll. Gut. Dann auf zu den zwei Bossen. Und dann... Tja. Guck ich mal, wer da angerufen hat. Eine Sauerei. Wie kann man mich noch stören eher? Das gibt's ja wohl nicht. Ah. Mitten im Kampf, ey. Ich rufe auch keinen an, der sich gerade im Krieg befindet. Ja, ja. Furzen rum. Versuchen wir, das Ganze schnell zu lösen. Weil ich bin schon neugierig, wer da versucht hat, anzurufen. Kann ja sein, dass es auch was Wichtiges gewesen ist. Samstag. Um diese Zeit. Ja. Heute ist Samstag bei mir. Komm. Tu was. Tu was. Tu was. Tu was. Tu was. Tu was. Gleich nochmal. Gleich hinterher dran setzen. Sehr schön. Oh, da hat's mich natürlich auch mit erwischt. Aber egal. Das hier ist ein Spiel auf Zeit. So, wen hat's jetzt erwischt? Ach, egal. Ich hab einen Hero abbekommen, Freunde. Gut, dann ist... äh... ...Imir mal wieder dran. Hat natürlich immer mit keinen erwischt. Gut, ich glaube, das ist schon ein Fehler, wenn ich, äh... ...einen komplett besiege. Bevor ich den anderen einigermaßen runtergehauen habe. Deshalb ist jetzt so tu erstmal dran. Und den versuche ich natürlich gleich richtig zu schwächen. Um ihn einigermaßen an das Niveau von Imir wieder anzupassen hier. Also an das Schadensniveau. So, schnell weg. Haben wir doch schon einiges geschafft. Die Erdbeere schnappen wir uns noch. Und dann schießen wir ihn von hinten in den Popo. Schnell weg hier. So, damit ist Sutor ja fast schon wieder angeglichen. Nett, aber nicht nett genug. Oh! Da hat's mich erwischt, aber Sutor auch. Und das ist gut so. Und damit habe ich beiden eines verpasst. Jetzt kommt ihn mal wieder dran. Aber Sutor will mich armen. Und Sutor will mich ran. Wie liet's denn eigentlich aus damit hier, oder? Kann ich euch da beide mal ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Imo holt aus und trifft mich. Oh! Nicht gut genug, Freund. Nicht gut genug. Ah, hier, Sutor hat sich mal hingekriegt für mich. Ja, alle kommen vor mich hin. Zack! Und komm, rast mich rum. Ja, rast euch selbst irgendwie, sehr schön. Dann würde ich sagen, hacken wir erstmal den über die Beine ab. Dann kriegst du noch was. Und das war's, Baby! Alamantium! Ruckzuck haben wir jetzt die Sache erledigt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und dann hatte ihn auf jeden Fall. Ich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö!